Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute greifen wir noch einmal unser beliebtes Ignoriere- und Top-Five-Thema auf. Und es geht diesmal nicht um die Steroid-Bodybuilder, wie in einem anderen Video, sondern es geht um die Gym Bros. Gym Bros ist ein Begriff, den habe ich selbst erst von YouTube gelernt und er hat sich im Prinzip als Kontrapart zur Science-Based-Szene aufgetan. So gesehen ist Gym Bro die Definition von demjenigen, der im Prinzip einfach nur seine Meinung und seine Trainingstipps von sich gibt, obwohl diese nicht unbedingt einen evaluierten Bestand haben in einer wissenschaftlichen Studie oder auch nur davon zeugen, dass er vielleicht besonders viel Erfahrung und Referenzen hat. Gleichwohl das natürlich trotzdem diese ganze Menge impliziert und einberechnet. Das heißt, selbst wenn sich jemand seit 25 Jahren mit dem Sport beschäftigt und dir dann einen Tipp gibt auf der Bankdrückmaschine nebenan, dann gilt das als Gym Bro Tipp, weil er natürlich keine Studien dazu nennt. Eigentlich sind das die wahren Tipps da draußen, die man auch immer wieder mitbekommt, natürlich in anderen Bereichen. Wenn es also nicht um Gym geht und ums Training, dann kriegt ihr natürlich Tipps von allen möglichen Menschen. Und solange sie das nicht immer wieder, wie in der Uni gelernt, mit Studien belegen, ist es im Prinzip ein Bro Tipp. Aber gut, naja, hier hat sich der Begriff durchgesetzt als den Tipp mit etwas weniger Evidenz dahinter. Und hier besprechen wir nun die Dinge, die ihr definitiv ignorieren solltet von den Gym Bros. Und die erste Aussage ist zugleich eine, die ich so oft in den Kommentaren hier mitbekomme, weil man mich auch immer damit zuschwallt. Und zwar, so habe ich es auch gemacht, so habe ich meinen Körper aufgebaut, also ist das richtig. Unglaublich viele Leute da draußen denken, dass ein bestimmter Erfolg, und selbst den muss man in Anführungsstrichen setzen, dazu komme ich gleich noch, ihnen das Recht gibt zu sagen, ich weiß, was funktioniert, denn ich habe es ja bewiesen. Sie sehen das so ungefähr so, als hätten sie tatsächlich etwas als Zeuge mitbekommen. Ich weiß doch, dass es so geschehen ist, denn ich stand ja daneben. Ich weiß doch, dass mein Auto rot ist, denn ich bin es ja heute Morgen noch gefahren. Und ich weiß doch, dass die Erde rund ist, denn ich bin ja einmal drum herum gegangen. All so etwas wären ungefähr diese Aussagen. Und da gibt es Leute, die haben einen ganz guten Körper und die haben schon Muskeln aufgebaut. Und das vielleicht sogar schnell oder sogar einen überdurchschnittlichen Körper. Einen krasseren Körper als die meisten anderen. Und damit glauben sie, sie wissen es besser. Und alle Tipps da draußen, von allen Leuten, die zählen nicht mehr, weil sie haben ja diesen Körper so erreicht. Und das ist unheimlich beliebt. Und das ist ein Jim Broding, das man ständig hört. Ihr guckt zu denjenigen auf, der nun mal die tolle Bizepsader hat und der sagt euch dann natürlich, wo es lang geht. Und alles andere kann nicht stimmen, denn er hat ja diesen Bizeps. Also wird er ja wohl wissen, wie ein Bizeps aufzubauen ist. Das Problem hierbei ist schon, und jetzt komme ich auf den Erfolg zurück, er weiß ja gar nicht, was er aufgebaut hätte, wenn er es anders gemacht hätte. Wir können nun mal alle nicht durch die Glaskugel gucken und sehen, wenn wir doch einen anderen Tipp befolgt hätten, ob wir nicht noch krasser wären. Vielleicht hat seine Genetik ihn so weit geführt. Vielleicht auch irgendetwas anderes. Vielleicht macht er doch viel richtig, aber andere Dinge falsch. Und er weiß gar nicht, welche richtig sind und welche falsch. Der Bizeps-Tipp ist vielleicht gar nicht der richtige. Aber vielleicht der Rückentipp schon, wodurch sein Bizeps mitgewachsen ist. Oder was auch immer. Er kann es nicht evaluieren, weil die Anzahl seiner Probanden in der Studie ist eins. Er hat es auch nicht gelernt. Er hat auch die Auslegung der Studie nicht gelernt. Und so kommen wir nur zu Problemen. Aber er meint es alles darauf zurückzuführen. Und man überhäuft mich mit Kommentaren, dass meine Tipps ja falsch wären, weil sie haben ja auch einen Körper aufgebaut. Also kann das ja nicht falsch sein, was ich sage, wenn ich nenne, was sind die größten Fehler. Und dann kann es auch nicht richtig sein, wenn ich etwas anderes nenne. Aber, um mal kurz darauf zu sprechen kommen, kleiner Sidekick. Die ignorieren dann natürlich, dass ich, im Gegensatz zu denen, nicht nur für mich stehe. Ich habe noch niemals argumentiert mit, ich sehe so aus, also mach das genauso. Das habe ich noch nie von mir gegeben. Ganz im Gegenteil, ich habe, glaube ich, noch nie über mein Äußeres gesprochen. Aber ich habe mittlerweile 25 Jahre Trainingserfahrung. Und ich bin stolz darauf, dass so viele auf dem Kanal hier sogar mehr Erfahrung haben als ich. Obwohl man das sehr selten findet. In der Realität finde ich mittlerweile kaum noch jemanden, durch mein fortgeschrittenes Alter nun mal auch, der überhaupt mehr Jahre an Trainingserfahrung hat. Aber tatsächlich auf diesem Kanal finden sich diese ehrwürdigen Statuen, die schon tatsächlich seit 25 Jahren plus dabei sind. Das ist der Knaller. Seltsamerweise stimmen die mir fast in allem immer wieder zu. Und wenn nicht, dann lerne ich auch ganz gerne was von denen. Aber, und das ist das Interessante, in den 25 Jahren habe ich nicht nur viel Erfahrung mit mir selbst gesammelt, denn ich habe mich auch nicht einfach nur dem Sport hingegeben, was auch viele machen. Also die Jahre sprechen nicht nur dafür, sondern habe das sehr bewusst gemacht. Habe es quasi wirklich zu einer gewissen Wissenschaft und Studium an mir gemacht, weil ich mich mit der Theorie auch versehen habe und versucht habe, echt zu forschen. Aber gut, lassen wir das dahingestellt sein. Zusätzlich war ich Trainer. Und das beinahe zwei Jahrzehnte ganz aktiv. In Fitnessstudios und als Personal Trainer. Das heißt, ich habe nicht hunderte, sondern ich habe tausende von Menschen aktiv beobachtet dabei. Habe aktiv an denen etwas ausprobiert. Und ist das hier jetzt zum Angeben? Nein, jetzt wird so manch einer schon wieder darunter schreiben, ach toll und deswegen bist du jetzt besser. Darum geht es ja gar nicht. Es soll euch die Augen öffnen, wenn es um diese Kommentare geht, dass ich eben nicht nur von mir und meinem Körper rede, sondern davon, dass ich das evaluiert habe. Und das, was ich hier von mir gebe, meine Erfahrung ist. Denn, kleiner Tipp nebenbei, ich verkaufe euch keine Trainingspläne, schon mal gemerkt. Und auch nicht irgendetwas Ähnliches. Also, wenn ich das schon nicht verkaufen will, warum präsentiere ich dann mir die Meinung? Und wie bin ich überhaupt zu dieser Meinung gekommen? Nummer zwei. Macht das genau so, das machen nämlich alle so. Oder das machen die meisten so. Auch hier haben wir wieder das Problem, die meisten, die im Fitnessstudio trainieren, das muss ich leider sagen, würde ich nicht unbedingt als Trainingsexperten bezeichnen. Ganz im Gegenteil. Wir haben ein großes Missinformationsproblem. Und das vor allem, ironischerweise, durch einen Informationsüberschuss. Die Leute wissen einfach nicht mehr, was richtig und was falsch ist, machen irgendetwas. Und viele erkundigen sich sogar gar nicht. Immer mehr Leute gehen ins Fitnessstudio. Auch die Leute, die dort hingehen, werden immer jünger. Und das sorgt dafür, dass wir eigentlich nur noch wenige haben, die sich wirklich damit auseinandergesetzt haben und nicht nur einfach schnell muskeln wollen und wirklich wissen, was sie dort tun und auch, wovon sie dann reden. Also geht nicht danach, was die meisten machen. Und wenn euch jemand sagt, das machen die meisten so, deswegen solltest du es auch so machen, hört nicht unbedingt drauf. Und es tut mir wirklich leid, dass ich so oft die Kommentatoren hier mit reinziehen muss. Aber ja, das sind die Jimbros, die einfach nur etwas dahin kommentieren. Denn immerhin kenne ich auch nicht ihren Hintergrund. Aber es kommt so häufig vor. Und das sieht man auch viel da draußen. Und zwar den Tipp, hör auf deinen eigenen Körper. Das ist zwar eigentlich nett und da steckt auch immer ein Teil Wahrheit dahinter. So wie auch in den vorangegangenen beiden. Es gibt immer Umstände, unter denen das durchaus ein richtiger Tipp sein kann. Aber ich würde nicht auf Anhieb drauf hören, von jemandem, von dem ich nicht unbedingt weiß, wer diese Person ist und welchen Background sie hat. Und bei dem eigenen Körpergefühl ist es genauso. Zu 80, 90 Prozent wird das falsch sein. Denn habt ihr überhaupt dieses Körpergefühl? Ich verweise ja jetzt im Prinzip auf den Experten vor mir, der mir die Frage gestellt hat. Das heißt, seid ihr unerfahren und wollt etwas wissen? Und ich sage euch als Unerfahrenen, hört auf euer Körpergefühl. Das habt ihr doch gar nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Matheanfänger sage, als Professor in der Universität, ach du, hör doch einfach auf das, was du meinst, was das richtige Ergebnis ist. Es ist völlig unlogisch, das passt doch gar nicht. Man muss ja erst mal über Jahre dieses Körpergefühl bekommen fürs Bodybuilding. Und ja, damit meine ich Jahre, nicht Monate. Keiner, der seit eineinhalb Jahren trainiert, wird das gleiche Körpergefühl haben. Und manchmal lernt man im 12. und im 17. Jahr noch was über seinen Körper dazu und über Übungen und über die Muskeln und sie anzusteuern und so weiter. Also das eigene Körpergefühl ist keine Referenz. Und da schließen wir auch so ein bisschen an Punkt 1 an. Was ist mit diesem Körpergefühl? Selbst wenn es, wie kann ich überhaupt feststellen, ob mein Körpergefühl richtig ist? Selbst wenn ich seit 10 Jahren trainiere und selbst wenn ich einen Erfolg, ihr erinnert euch noch, Erfolg, habe, heißt das, ich habe wirklich das richtige Körpergefühl? Was ist, wenn ich immer nur davon ausgegangen bin? Aber eigentlich müsste ich doch noch etwas da lernen. Oder es ist ein falsches Gefühl. Und das kennen wir. So oft spielt unser Verstand mit uns rum. Wir denken, Bankdrücken ist die Übung für die Brust. War sie vielleicht nie. Viel ist Placebo und Einbildung, weil uns immer gesagt wird, das ist die Königsdisziplin. Wer nicht drücken kann, der kann nach Hause gehen. Das gleiche kennt ihr von Kniebeugen und so weiter. Ansonsten schaut euch mal die Videos dazu an. Das alles ist in unserem Kopf, auch in meinem. Und ständig muss ich dagegen ankämpfen oder beziehungsweise reflektieren. Ist das richtig oder ist das falsch? Auf jeden Fall könnt ihr nicht auf euer Körpergefühl hören, wenn ihr es nicht ständig in Frage stellt. Du darfst nicht auf diese ganzen Fitness-YouTuber hören, denn da sagt ja jeder was anderes. Tja, das sagen immer mehr. Und auch da wieder ja, das hört man selbst in meinen Kommentaren sehr häufig. Es sind meistens sehr frustrierte Kommentare, wo ich teilweise sogar, wenn sie nicht wirklich mehr oder weniger böse an mich adressiert geschrieben sind, Mitleid habe. Denn tatsächlich ist das etwas, was ich durchaus nachvollziehen kann. Dieser Informationsdschungel da draußen und dieser Überfluss macht die Leute Kürre. Und sie wollen doch eigentlich nur trainieren, ihre Disziplin abrackern und einen guten Körper haben. Und das ist natürlich furchtbar, wenn man dann in diese Fronten von diesen ganzen Fitness-YouTubern, den selbst erklärten Personal-Trainern gerät. Und ja, ich rede jetzt immer so, dabei bin ich auch nur einer von denen für euch. Man kann sich informieren über Referenzen und sonst irgendetwas. Man kann es vielleicht bei dem einen raushören, bei dem anderen nicht. Aber am Ende bin ich auch nur einer, der sich einreiht bei den Fitness-YouTubern. Also was ist denn jetzt wahr? Und was ist falsch? Und da habe ich schon sehr viele Worte drüber verloren. Dennoch ist das eine absolut falsche Aussage. Hört nicht auf die Fitness-YouTuber, pauschal zu sagen. Denn die widersprechen sich alle. Tun sie nämlich gar nicht so sehr. Und das sage ich sogar, obwohl ich meinen Kanal sogar so ein bisschen damit aufgebaut habe, kritisch zu sein mit vielen Aussagen, die da draußen sind. Egal, ob ich einen Namen dabei fallen lasse oder nicht. Trotzdem muss ich sagen, haben wir viel mehr gemein, als wir Dinge haben, bei denen wir uns widersprechen. Viel mehr. Die Sachen, wir wollen uns widersprechen, sind Details. So klein. Und das, wo wir übereinstimmen, ist so ein großer Batzen. Ich habe schon viel dazu aufgezählt. Wer dieses Video nicht gefunden hat oder wer mehr dazu wissen möchte, schreibt es in die Kommentare und dann kommt mal ein komplett eigenes Video. Nur mit den Dingen, wo wir übereinstimmen. Aber sofern erstmal eine völlig falsche Aussage. Wenn euch das jemand erzählt, hört nicht auf die Fitness-YouTuber, denn die widersprechen sich alle. Das stimmt nicht. Wir widersprechen uns gar nicht alle. Und nun zum allerletzten Punkt und ein ganz wichtiger auf der Liste. Wenn ihr bei irgendeinem Körperteil mal Schwierigkeiten habt, dass er hinterherkommt, ihr habt zum Beispiel einen tollen Rücken, gute Arme, aber eure Brust hängt hinterher. Oder ihr habt einen guten Trizeps, aber der Bizeps hängt hinterher. Egal, was alles auch immer ist. Aber wenn ihr mit diesem Problem zu einem Gym-Bro kommt und sagt, hey, was soll ich machen? Mein Bizeps wächst nicht so oder meine Brust. Dann sagt euch der Gym-Bro meistens, da musst du einfach ein bisschen mehr machen. Selbst wenn du nur einmal die Woche den Muskel trainierst, trainier diesen Muskel zweimal die Woche. Oder wenn du alle zweimal die Woche trainierst, mach einfach da noch ein bisschen mehr. Oder ein bisschen mehr Volumen. Oder du musst mehr Gewicht nehmen. Auf jeden Fall kommt das Wort mehr immer in diesem Tipp vor. Wer von den Gym-Bros hat euch denn mal gesagt, weißt du was, dann mach das weniger? Ist eure Problemstelle, mach weniger Satze, mach weniger Volumen, mach weniger überhaupt in der Woche. Trainier ihn nur noch einmal, trainier ihn nur noch alle zehn Tage. Diesen Tipp bekommt ihr nie. Immer nur hat es was mit mehr zu tun. Aber, und das ist jetzt die große Überraschung, das ist nicht immer die Lösung, sondern in sehr vielen Fällen da draußen, was sticht denn hier? Habt ihr bereits schon die Disziplin? Sonst würdet ihr wahrscheinlich gar nicht dahingeführt sein, diese Frage jemandem zu stellen. Denn es interessiert euch schon. Ihr habt die Disziplin, ihr kommt ständig und ihr wisst nicht, wie es weitergeht. Ihr macht ja schon alles und dann sollt ihr mehr machen. Nein, die Lösung ist oft, ihr müsst weniger machen. Sehr, sehr oft. Und ja, auch da rede ich wieder von meiner Erfahrung. Von 1000 Klienten mussten 700 weniger machen und haben dann mehr erreicht. Denn keiner kommt zu mir und bezahlt höllisch viel Geld, da er zu wenig bisher gemacht hat. Nein, die machen meistens schon sehr viel, müssen nur ein bisschen gebremst werden hier und da. So, das waren jetzt die fünf Punkte, wo ihr auf gar keinen Fall auf Gym Bros hören solltet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr auch schon mal diese ganzen Tipps bekommen habt von demjenigen, der neben euch trainiert und was ihr natürlich davon haltet. Und wer jetzt wissen möchte, worauf ihr auf jeden Fall nicht hören sollt, wenn es solche Schränke sind, die euch Tipps geben, weil sie ganz offensichtlich in die Trickkiste greifen und sich ein paar Medikamente reinziehen, dann schaut euch dieses Video direkt an und hört auf gar keinen Fall auf diese Tipps von denen. Ansonsten abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und schaut bei Protein Arena vorbei und spart bei euren Supplements 15%. Das war's von mir, bis bald, euer Gotti.